Ach komm, die muss ich erst identifizieren. So, Langschild plus 1, Cancel Dawn. Schutz vor Bezauberung. Heldentränke. Hedebade plus 2. Plus 1, Schutzumhang. Probe des Reisenden. Armschienen. Quatschwerk. Kühle Axt. Okay, ja. Schriftbolle. Bolzen noch. Was ist mit dem Bolzen? Das sind normale Bolzen, okay. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ah, was wollt ihr? Okay. Ah, was wollt ihr? Ja, Bruder, jetzt verschiefern wir euch einen Helden nennt. Oh, hier hinten liegt auch noch was. Ach nee, das ist nur ein Huhn. Okay, das ist nur ein Huhn. Wir sind mehr als Mercenari. Sieg für die blamte Faust, tot im Kreuzzug. Auch gut. Kehrems Abzeichen. Oh, der arme Kehrem ist auch tot jetzt. Ein Stab der Himmel. Ein zweiter. Komm, drücken wir ein paar Sachen. Was? Ach, Natternest. Nicht Rattennest. Sind Wurffeile. Stabsspeer. Fertigkeit-Kampfstab. Ui. Aber das ist Aulis-Stab. Der ist besser, glaube ich. Das Ding hat aber einen besseren ETW. So, Versteinerungsschutz. Ähm. Lass mal hier hin. Lass mal hier hin. Eiskugel für Nera. Ein Feuerstab mit einer einzigen Ladung. Okay, den benutzen wir als erstes. Nera. Bolzen plus eins. So. Das sind Feuerpfeile. Und das sind Pfeile plus eins. So. Gut. Worum ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, und es ist auch ein Weg durch die Fässer jetzt durch. Oh, und in der Nähe von dem Feuersalamanderleichen brennt es noch. Aber ja, wir haben die Brücke. Was hat uns jetzt erwischt? Oh, eine Cutscene. Ball gegen Siric. Oh, Gott. Das war's für heute. Nipp wohl, Ball. Oh. Seht nur, er kommt. Man mit der Kapuze, ihr spürt es, oder? Etwas hat sich verändert. Ihre zerbrechliche Verbindung zu der Essenz in euch wurde wiederhergestellt und verstärkt, wenn nicht sogar verbessert. Eine beeindruckende Leistung, auch wenn ihr noch nicht über die nötige Kontrolle verfügt, um eure Fähigkeiten voll zur Geltung zu bringen. Hier schon wieder. Was für eine Rolle spielt ihr, Kapuzenträger? Was hofft ihr zu erreichen? Uff, was ist gerade geschehen? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was geschieht mit mir? Sagt es mir bei den Göttern? Euer Körper wird... Sagt es mir, oder bei den Göttern? Euer Körper wird dort enden, wo Ball bereits liegt. Ihr schon wieder. Was erhofft ihr euch zu erreichen? Ich bin hier, um Zweige dessen zu werden, was passieren wird. Das ist alles. Das Blut deines toten Gottes bleibt lange erhalten. Selbst jetzt sind hier noch die Mächte eures Vaters zu spüren. Es überrascht mich nicht, dass etwas in euch erwacht ist. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Ich habe Ball gesehen. Sein Tod durch die Hand von Surgi. Was? Tone ich ernsthaft, dass ich die Einzelheiten dieser fast gegenseitigen Erfahrung mit einem Fremden teile? Ich sehe nur einen Nah auf einer Brücke verschwindet, sonst sehe ich gleich einen Tod nah auf einer Brücke. Nehmen wir die zwei. Ich bin nicht deinem Feind. Für jetzt sind unsere Gehäuse entgegen und folgen den gleichen Kurs. Ich bin nicht euer Feind, Baal. Aber im Moment kreuzen sich unsere Wege und folgen demselben Richtung. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Baal hatte viele Feinde, dies zu wissen half ihm nicht seinem Tod zu entgehen, doch zumindest konnte er ihn planen. Er lebt durch euch und eure Geschwister weiter. Er hört seinen Flüssen sogar jetzt, leise und überschwendig. Es wird noch lauter werden. Seine Forderungen werden zu schreien, werden die alles andere übertönen. Ihr fehlt die Richtung. Ihr treibt euren Weg entlang und nutzt weder eure Stärke noch nehmt ihr, was euch zusteht. Ich habe mehr von euch erwartet. Ihr solltet mittlerweile wissen, dass nichts von mir verborgen bleibt. Ich kenne eure Vergangenheit, ich beobachte euer Gegenwart, daher kenne ich eure Zukunft. All dies wurde schon vor langer Zeit von eurem Blut festgelegt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im Moment dient ihr eurem Vater jedenfalls alleine dadurch, dass ihr überlebt. Ihr seid nicht wie die Schafe, mit denen ihr mitlauft. Sie lenken euch mit ihrem meckern Gejammer ab. Ihr verfolgt sein Ziel, das weit über ihres hinausgeht. Wenn ihr die Kraft habt, es zu verstehen. Die meisten gehen in ihrem Alltag nach, blind für die Wahrheit um sie herum. Gedenkt durch Kräfte, die jenseits ihres Verstandes liegen. Kontrolle ist das, was uns von den Tieren unterscheidet, die durch Dreck kriechen. Wir müssen die Herren unseres Lebens sein. Alle Ressourcen, die wir benötigen und unseren Willen unterwerfen. Das werdet ihr mit der Zeit lernen. Kaila Argent hat nur einen kleinen Teil göttlicher Essenz. Trotzdem hat sie einfach die Geburtsrechte beansprucht und die Kontrolle über ihr Schicksal übernommen. In euch fließt zur Hälfte göttliches Brut und trotzdem stolpert ihr wie blind eurem Schicksal entgegen. Spreit eure Flügel aus, spürt ihre Macht, lasst dies eure Prüfung sein. Wenn ihr Glück habt und euch gut anstellt, werdet ihr weitere Prüfungen folgen. Vielleicht werdet ihr dann eines Tages lernen, was es braucht zu fliegen. Ich hatte eine Vision von Bahls Tod. Wohnruhigende Entwicklung. Es wird auch schon erhalten, ob der erhöhte Mann erneut auftaucht. Eine riesige Startung von Zürich. Also, wenn wir lange nicht gesehen. Nun, so lange ist es aber gleich hier. Wirklich nur ein paar Sekunden, aber wie geht es euch? Äh, mir geht es gut also, mein Mann. Davon abgesehen, dass ein von der Verrückte mir mit ihrer Armee von Eiflung an den Kragen will. Ganz gut. Wie geht es euch? Die Antwort interessiert euch nicht wirklich, oder? Äh, vergibt mir, Nera. Ich habe mich im Ton vergriffen. Das war nicht meine Absicht. Die sind schwere Zeiten. Nein, bitte. Verratet es mir. Jede Phase meiner Person verlangt danach, über eure Gefühle zu sprechen. Nicht unbedingt. Wie wir empfinden, ist irrelevant. Erzählt nicht alles, was zählt, ist was wir tun. Nehmen wir mal die zwei. Ich bin stark versucht, euch alles in Vincents kleinste Detail zu erzählen, nur weil ich weiß, dass es euch das verstören würde. Ich bin nicht sicher, ob das neue ihr mir gefällt oder das alte, welches hier gerade mit mir spricht. Ich werde jetzt eine Weile aufhören, mit euch beiden zu reden. Okay. Eine riesige Statue von Silk steht am nördlichen Ende der Eberfellbrücke. Sein Arm ist ausgestreckt und greift nach der riesigen Steinstatue, die ihn von der Südseite der Brücke anklagend anstarrt. Soll ich jetzt mal einen Quick-Safe machen? Hm. Ein Moment, ich möchte mit euch reden. Fahren und ich habe unsere Beute aus der Festung geholt. Hier eine Gleichkeit für eure Hilfe. Wir gehen jetzt weiter. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Das bezweifle ich. Gib wohl. 300 Gold, wow. Es ist schön, dieser verdammten Zell in den Rücken kehren zu können. Ich habe da einen Knoten im Rücken, den ich noch wochenlang spüren werde. Eine Rückenmassage würde Wunder bewirken. Was habt ihr euch dabei gedacht, diese Leute anzugreifen? Ich habe eine einzige Person angegriffen. Leider musste es geschehen, als er eine Rede hielt, der so ziemlich jeder im Lager beigewohnt hat. Ihr musstet ihn angreifen, was meint ihr damit?